Die Gerüchteküche brodelt seit Wochen. Ist Nesthäckchen Loredana Wollny wieder schwanger? Jetzt spricht ihr Verlobter Servet über ihre Familienplanung. Loredana Wollny, 20, geht voll und ganz in ihrer Rolle als Mama auf. Du bringst jeden mit deinem wunderschönen Lächeln zum Lachen. Geht es einem schlecht, bist du die beste Medizin. Du machst alles so toll und lernst jeden Tag etwas Neues, schwärmte sie erst kürzlich über ihren Sohn Aurelio. Immer wieder kursieren Gerüchte, dass sich der Kleine bald über ein Geschwisterchen freuen darf. Was ist dran? Jetzt spricht Loredanas Verlobter Servet, 24, Klartext. Werden Loredana Wollny und Servet wieder Eltern? Bei einer Fragerunde auf Instagram durften die Fans Servet mit Fragen löchern. Ein neugieriger Follower wollte wissen, ob Loredana wieder schwanger ist. Seine klare Antwort, nein. Doch abgeschlossen ist die Familienplanung noch nicht. Der stolze Papa bestätigte, dass ein weiteres Baby in Planung ist. Auch Loredana verriet kürzlich im Interview mit InTouch Online, ich wünsche mir irgendwann noch eine Tochter. Wenn es nach Oma Sylvia, 59, geht, kann es gar nicht schnell genug gehen. Jedes Enkelkind ist ein Segen für mich. Die Kleinen entwickeln sich so toll und zaubern mir immer ein Lächeln aufs Gesicht, schwärmte die Elffach-Mama kürzlich bei uns im Interview. Falls das eins meiner Kinder liest, ihr wisst also, was zu tun ist. Ob Loredana und Servet ihren Wunsch zeitnah erfüllen werden? Es bleibt spannend.